Servus YouTube, herzlich willkommen auf unserem Kanal, freut uns, dass ihr hier seid, wir sind die Brüder und stellen uns als erstes mal vor. Ich bin der Axel und ich der Torben und wir werden hauptsächlich Gameplays und Hobbyvideos auf unserem Kanal zeigen, zum Beispiel das Downhillfahren. Ja, für Tipps und Tricks sind wir natürlich gerne offen, wie wir unsere Videos besser machen können oder was wir für einen inhaltlichen im Video zeigen können, zum Beispiel, keine Ahnung was, das sagt ihr uns am besten, uns fällt bestimmt auch noch was ein, aber okay. Ja, es wäre total cool, wenn ihr bei uns im ersten Video reinschauen würdet, das ist eine Nuklear-Auf-Jemen in Freifur-Alle, auf jeden Fall sehr, sehr geil anzuschauen und es wäre nett, wenn ihr euren Freunden sagen würdet, dass ihr ein paar coole Jungs unterwegs sind und mal den Abo-Knopf drücken würdet und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen würdet. Genau, und ansonsten schaut einfach auf unseren Kanal, links, rechts, überall, habt Spaß und genießt euer Leben. Geh noch! , bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020